So. Heli weg. Wer nimmt eigentlich immer hier den Heli um dann komplett weg zu fliegen? Ja. Also einfach so. Vielleicht einer der vergessen hat raus zu springen. Aber das ist so oft so. Ja, das ist ja auch oft so, dass jemand was zu essen hat. Weiß jemand? Ich bin auch krank, was ich kase einen. Echt gut. Jaja. Das muss man wirklich sagen. Also da sind viele. Das sind viele echt eklisch. Aber sonst ist hier irgendwie niemand gelandet. Kann das sein? Warte mal sag's doch aus, dass da viele hier gelandet sind. Ah. Er ist sogar oben bei mir. Hä? Was? Ausgeschaltet. Waaah. Beam Gaming. Ein Plattensack. Cool. Der andere ist der bei mir? Über mir? Ganz oben oder was? Hier unten? Ne ganz oben. Ganz oben. Direkt dann das der. Du kannst den Push-Netten-Piles. Noch einer kommt rein. Hier. Unterwegs. Was? Ähm. Loadout. Police. Äh. 107 pro. Ich hab den Ausfallschritt auf jeden Fall gesehen von dir. Äh. Aber ich hab vor allem grad aus dem Fenster geguckt. War jemand am Fenster. Aber bei dem? Ich glaub das ist bei dir. Derock! Derock! Oh mein Gott. Du hast die Tür hinter dir zugemacht. Ich hab noch im richtigen Moment reingeschmissen. Äh. Ne. Ich hab gesehen wie es reingeschlagen kam. Ach. Nein. Es ist ihm. Es ist ihm. Nein, der hat es oben bei mir. Gisst du ihn? Easy, easy, easy. Ich fänd ich ihn sogar. Hör auf. Hör auf. Hör doch auf Chris. Wix, der macht bei mir. Oh mein Gott. Er war so sauer. Ich bin sauer, dass du ihn geklaut hast. Muss auch mal sein. Zu viele Kills die du mir schon geklaut hast? Ja. Der andere finde ich nicht. Der geht jetzt in den Heim. Ich hab gewischt. Ja, kommt da schnell. War sauer. Leck. Oh mein Gott. Ich krieg jetzt ein Karma-Lag. Ich werd gebootet. Ich hatte gerade so 130er Ping auf einmal. Was machen die Autos da? Übelstige geile Waffe. A-Max 10 Schuss Meter. Hast du kein schlechtes Gewissen? Ne, ne. So oft wie D-Rock schon Kills geklaut hat. Hab ich kein schlechtes Gewissen. Hm. Hm. Wo ist der gedroppt? Alles. Alles liegt hier. Aber der Truck genommen. Er hatte gerade Truck genommen oder was? Dann war das bestimmt der, der wieder gekauft wurde gerade hier. Feindliche Drohne ist auf. Tja, Recall ist so dumm. Du nimmst keine Waffen. Ich hole eine Drohne, ja. Äh, ich hole eine Drohne. Äh, ne, 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 Elia. Das wurde sehr sehr früh geändert. Oh, beim Auto da. Feindliche Drohne über uns. Komm, fahr zu mir. Fahr. Ist so schlecht. Das sind zwei Leute. Shoot break einer. Ach, das ist eine Drohne. Ich dachte, ich hab eine Position irgendwie. Knock, knock, knock. Der andere ist, äh, geht hoch. Er ist oben, er ist oben. Shoot break absolut, absolut, absolut. Lass ihn einfach nicht rüber gehen, lass ihn einfach nicht rüber gehen. Ne, ne, er kann nicht, er kann nicht. Ich schieß ab und zu. Ja, easy hast du. Den unten hast du gefinished, oder? Ja. Ja. Oh mein Gott, den auch. Ich hörs. Okay. Mein Ars war mit Visier. Das ist das Zehn-Schuss-Magazin. Lies den Titel. Ja, nur den ganzen hat verloren, weil er die MP5 gespielt hat. Sonst hat der nicht gewollert. Armer. Armer Mann. So, ich hab hier noch eine Position, ne? Ja. Ach, das war der Bogen. Ich mach ihn einen aus der Luft schießen mit so einem Bogen. So, der landet so 5000 Kilometer entfernt und die schießen einfach mit dem Bogen aus der Luft. Also das hier Magazin. Wie gesagt, Chat, lest, äh. Lest den Titel. Da ist so ein Heli, der hier fliegt, ist auch übelgeil mit Bogen. Das ist One-Hit sogar, glaub ich, ne? Äh, Heli ist durch, äh, Bogen ist durch One-Hit. Hm. Posht uns mit Heli. Unter mir direkt einer. Wiii. Wuuuuh. Brauchen wir noch... Ne, das bist du, ne? Der ist Digoy. Ja, das ist, glaub ich, die von ihm gewesen. Also, aber not sure. Könnte auch ein anderes Team gewesen sein. Schmutzt, die Koi, wirklich. Dann sogar lieber mit dem Bogen schießen, was die Bogen gehört halt... Die Bogen! Der Bogen gehörte eigentlich nicht zur Drecksklasse. Bleiben wir an. Das ist einfach unser Schloss hier. Police. Police ist unser Schloss. Ja das Bounty da hinten holen. Bounty? Bounty? Achso ja ja. Ich hab keine Ahnung wer ich mit dem Tal schießen muss. Keine Ahnung. Save richtig schlechte Shots. Kopfgeld zielgesichtet. Schnappt es euch. Vor allem man sieht ja auch den Shot da nicht wo der genau hingeht also. Das hat jetzt nicht so viel gebracht da drauf zu schießen. Ah, LeDrop landet auf die Todesschau. Nicht gut. Nicht anfassen. Und D-Rock ist der Hofnahr von dem Schloss. Wo sind die? Oben? Unten? Oben. Feindliche Drohne über uns. Wollen wir auf die scheißen oder? What's the plan? Weil wenn wir die pushen. Ja scheiß drauf. Also wir können die hier holen. Ja genau. Lass den Job. Ja der snipe von oben. Es bleibt sogar gar nicht nur so scheiße. D-K? Er tritt jeden Shot? Nein. Auf dem Turm. Ich drehe durch. Oh mein Gott man. Das ist ja scheiße. Nein. Hier ist kein Shop. Ich muss zurück. Hm. Hm. Ich hab richtig weire de Speed lags. Oh man. Von wo hat der jetzt aber geschossen? Immer noch für Factory? Von wo hat der geschossen? Ich glaube Factory, ja. Also da war der, der mich genockt hat auf jeden Fall. Ich move ganz links rum am besten und zum loadout noch. Ich habe halt keine Waffen mit denen ich mich gescheit wehren kann. Wobei mein Zeug ist ja eigentlich relativ close oder? Ja. Ja. Wurfen Sie von der A, es war auch einfach nicht geil. War ich auf dem oder auf dem daneben? Nee, safe auf dem daneben. Ja, du warst auf dem daneben. Safe. Wie kannst du dir das nicht merken? Ja, ich war mir halt nicht sicher auf welches ich gegangen bin. Na ist das mein Prez hier weg ist? Den habe ich tatsächlich mitgenommen. Oh, ich bin in mein Prez weggekommen für nen Bogen. Hat der nicht vorhin noch jemand anderes nen Bogen? Nee. Ich nicht. Okay. Die Wände jetzt halt schon rechts sein oder so. Da snipen wir hier irgendwo vor uns. Rechts, rechts bei der Bridge glaube ich oder so. Zumindest sieht man das auf meinem Wallhack. Ups, jetzt habe ich es laut gesagt. Wusstet ihr, dass diese Streamer entschieden? Zehn Schuss Riesenkacke. Nö, nö, ist doch voll OP das loadout. Weiß noch A2, 10 Schuss Riesenkacke durch die Wände. Jaja, und dann mit Schnappschussgranate. Imagine mit dem jetzigen Buff noch für die Schnappschussgranate. Alter, das ganze Team sieht das. Und zwei Sekunden lang, Junge, die werden so, das war so wild. Das war so lustig auch. Also war natürlich Ultra OP, aber war lustig. Hier ist auf jeden Fall einer tot. Jaja. Ich seh den nicht. Jaja, ich seh die Shots auch. CI nicht. Ja, da ist er. Und Auto noch. Ich hab von der Brücke gehalten. Oh nein. Ich hab komplett den Precision versetzt. Oh, vielleicht hab ich mich gerettet mit dem. Ich hab ihn gescheitbrekt gehalten an der Brücke. Auto ausgestiegen? Nein, schaut mich an. Ich versuch ganz zu crossen schon, ne? Du bist alleine. Kein Hit im Auto. Wir müssen ja noch ultra weit. Oha. Wir haben gar nichts. Ähm. Schnappschussgranate wurde gebufft, ja. Das ganze Team sieht es jetzt, wenn jemand markiert wurde. Und die hält jetzt zwei Sekunden. Nicht mehr... Eine oder so. Oder 1,2. Irgendwie sowas. Ziel. Leicht erfahren. Ich hab auch keine Ahnung von der Bullet Frosty von dem Teil. Kein Plan. Also AMAX 10 Schuss. Wieso gibt es das überhaupt? Warum? Wieso gibt es ein AMAX 10 Schuss Magazin? Wer hat sich das ausgedacht? Ja, aber das ist wenigstens Full Auto. Voll Automatik. Hani, Voll Automatik. Nemo. Habe einen Sheetbreak. Den Life Mark. Direkt hinter ihm ist aber noch einer. Das sind zwei Leute. Können da halt bleiben. Und ich hab nichts zum pushen. Hey. Hey. Bist du da hin? Okay. Also was die Traits und so kannst du vergessen mit der Klasse die Spiele, ne? Ja. Sitzen beide safe drin. Meinst du? Naja. Ja. Ja. Betäubungsgranate. Eines dann. Es waren auf jeden Fall zwei. Safe sogar. K. Die ist dann mal K. Ist durchgezogen. Krass. Aber wohin? Sniper? Jajaja. Bei diesen blauen Hoster. Angesnipht worden. Auf deinem Breast you ready? Drei. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Nein. No safe. Halt. 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 Wollen wir mit dem Truck einfach weg fahren? Halt. Warum will die Zone wieder endet? Was ist das? Was ist das? So wie chino wer noch. Was ist das? Scramble-deck. Halt. Ich bin okay, ich glaub das ist 70, 80 oder so und auf Hedgeup bestimmt über 100. I'm hungry! Weißt du was wir beide eigentlich 7 kills haben? Achso, da hast du 6 kills. Naja, oder so könnte ich das jede Runde sagen bei deinen Teamkills. Wobei du klaust nicht mehr so krass. Ne, nicht mehr so krass, aber es war wirklich ganz ganz krank. Ja und außerdem hat das auch nicht mit Klauen zu tun, sondern die schießen halt beide auf ihn. Ja und dann halt der besser schießt, kriegt den halt. Der der besser schießt! Oh mein Gott, das ist ja ne Frechheit diese Aussage. Der der besser schießt. Und das war ja das was du gemacht hast, das kann man killen. Also actually war es das gleiche, weil wir haben beide drauf geschossen. Nein, das ist nicht das gleiche. Ich hatte ihn ja schon. Also der Typ hat ja kein Entkommen. Scheinbar hattest du ihn ja noch nicht, ne? Der Typ hat ja kein Entkommen, oder? Er hätte ja noch sterben können können. Ja, also ich habe auch richtig oft Situationen gehabt, wo der Gegner mich auf keinen Fall mehr bekommt und du kriegst den Kill noch. Nein, das ist Quatsch. Hä? Wenn ich einen auf dem Feed anschießt oder so? Er hätte ja entkommen aber können. Er hätte ja entkommen aber können. Er hätte ja noch so um die Ecke kommen können. Ich habe keine Firma. Aber bei mir. Er hat ja gefesselt. Gefesselt. Ja, ich habe ihn wirklich gepackt. Ist Reventon eigentlich da im Chat? Ich habe den Clip gefunden, wo der Charakter aus dem Fenster jumpt beim Finisher. Da war in so einer Compilation drin, auf die ich reaktet habe. Übelgeil. Vielleicht 10er Bomb, ja. Übelgeil. Geh mal hier rein, D-Rock. Geh mal da rein, ich komm nach. Okay. Ich bin noch ein bisschen weiter hinten. Geh du vor, ich komme gleich. Okay. Hier ist eine Totenstelle. Ich bin schon drin. Ich habe Hunger. Bin drin, dann kommst du? Ne. Warum? Das ist die langweiligste Duo-Runde aller Zeiten. Das Early-Game war irgendwie ganz nice, aber... Warum? Ich bin drinnen. Nerv jetzt nicht. Ich bin drinnen. Ja, okay. Wo ist der Kill-Auftrag? Wieso? Oh mein Gott. Was ist das? Ich will das nicht sehen, was ich hier sehe. Safe hier in Corey muss doch jemand sein oder so, oder? Ich kann mit dem Loadout nicht jetzt einfach Leute pushen. Das ist so ein Scheiß. Joa, was machen wir? Ich mach irgendwas. Machen wir irgendwas. Geh mal hier dieses Top. Oh, da wurde auch gestunt. Ich geh selber rein. Ja, ja. Ich habe es auch gesehen gerade. Hallo. Hallo. Ich bin auch unten. Neun Gegner auf der Zone. Ja, das ist so geil. Hier gibt es gleich Pizza. Oh, hört doch auf über Essen zu reden jetzt, Chat. Aber wenn ich drauf geht, dann... Morgen wird aber so gegangen. Ich wollte gerade sagen. Oh. Nein. Noch jemand? Ist da noch jemand? Ja. Ja, ja. Safe. Über mir. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Ich habe gerade Kermit getötet. Okay. Oh, ein Döner wäre jetzt so schön. Rettung. Rettung. Der ist im Safe. Da ist weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehs. Warte. Ich hab ne Idee. Nein, der ist aber oben. Wollen wir oben pushen trotzdem? Da ist auch noch ne Tabor. Der ist jetzt kurz dektiviert eigentlich. Ich hab sie direkt gewählt. Ich bin flash, ich bin flash, ich sehe gar nichts. Ich bin auch frühfläch, frühfläch. Ah, das bist du. Ich habe eine Idee. Ah, der ist geschwungen, der ist oben geschwungen. Oh, das war der Bait Play. Ich hab keine Stunts mehr. Ist wirklich gesprungen, glaube ich, ne? Ja. Oh mein Gott. Von wo? Wir sollten wirklich legit innen rum runter, nicht von oben springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boppybop. Gruus. I'm at the jump top. Ich hab ne geile Idee. Sodele. Hier hinten sind Gegner. Hier in dem Haus sind auch zwei Gegner. Wie viele Teams sind noch live? Drei noch. Drei noch. Drei noch. Also das eine Team, das sitzt hier komplett oben drin. Die gammeln hier. Die gammeln. Und dann ist noch ein Team bestimmt irgendwo hier. Ähm. Ah da. Ich versuche sie noch einmal kurz zu markieren. Einer von denen ist oben raus sogar. Ne, einer kämpft aber noch drin. Ja, die sind beide noch ultra am gammeln. Eins und... Okay, den zweiten kann ich nicht. Perfekt, genau. Jetzt ist sogar die Zeit vorbei. Pass auf, der links halt noch, ne? Ja. Ah nein, ich hab das Toten schon jetzt liegen lassen. Ich die tun. Der hat wieder von irgendeinem anderem Team gesurrt. Ja, ja, ja. Von hinten, von hinten. Den hab ich auch markiert. Ich hab ne Scheiß-Pose jetzt. Mein Gott und was ne Scheiß-Pose. Nein, ich werd am Visier von... Das ist... Du bist ja shit. Noch einer, noch einer. Nein, nein, nein. Er hat mich nicht... Er hat mich nicht geholt. Er hat mich nicht geholt. Er hat mich nicht geholt. Er hat, er hat, er hat, er hat, er hat. Nein, er holt mich, er holt mich. Nein. Scheiße. Ein einzelner und das zweite Team da drin, ja. Du musst... Du kannst sie holen, du kannst sie holen. Du kannst sie holen. Du kannst sie holen. Ja, Bro. Ich... Man kann nicht so spielen mit... Bro, die hatten vier Claymores dort. Vier Stück. Ja, sind halt Opfer. Vier... Claymore. John Wick und... Ne, komm. Just Kate.